Ich starte direkt mal mit 200 Euro Bonus bei. Oh, lol, jetzt ist die Musik ausgegangen. Jetzt vielleicht mal Glück haben. Ich hole nicht für 700 direkt. Direkt Verlängerung wäre natürlich nice. Ah, okay. Was man sich da wünschen können. Ja, wir brauchen halt Wild. Und die Trader verlängern. Genau solche. Man kann auch Wild unten Skatter haben. Skatter, komm, komm, komm. Kann man nicht einfach mal direkt Glück haben. Ah, okay. Gute Wild. Jetzt brauchen wir eine Verlängerung. Jetzt. Oh, füllen wir Wild. Jetzt macht die Verlängerung. Komm, 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 komm. Ja, perfekt. Perfekt. Da ist es. Ein Dritter wäre natürlich nochmal super. Was macht das? 51,80 Euro. Plus drei, äh, plus vier direkt. Plus drei, sag ich schon. Kurz auf Verwirrung unterwegs. Ja, jetzt nochmal Verlängerung. Ah, reingestoppt. Schade. Jetzt unten noch ein Wild landen wäre super. Und oben rechts, ne? Ja, aber nochmal 56, fängt ganz gut an. 190. Nochmal einen 60, 250. Oh, ja. Leider keine Linie. Was macht das? Ah, perfekt. Hack. Schau mal aus, sowas. Ah. Boah, mitten in den Fries hackt der mir weg. Okay, wir machen weiter. Wir sind zurück. So, letztes Spin. Okay, 446. 200. Der WLAN ist kaputt, ne? Der WLAN ist nicht kaputt. Geht ja. 200 Profit. Ja, eigentlich ganz nah ist, ne? Werde ich einen auf 300 holen. Ob es clever war oder nicht. Ihr seht, ihr, wenn das Licht angeht. Jetzt kommt. Please. Gönn was. Sporthaser. Wir müssen mal wieder raus holen. Pomer und Verlängerung direkt. Jawohl. Und noch ein Pomp. Schade, das wäre es gewesen. Aber Verlängerung und mal zwei. Plus vier Spins. Jetzt einfach mal die Wilds durchziehen und dann sind wir alle happy. Komm, mach die Wilds. Mach's nicht so. Okay, mal zwei. Jawohl. Jetzt unten noch ein und dann geht's los. Komm. Gönn doch einfach. 46 Euro. Jetzt mach noch ein paar Wilds. Komm. Aber 88 Euro. Nice. 160 Euro. Unser Geld werden wir, denke ich, mal kommen. Aber wir wollen hier mal in Profit landen. Come on. Komm, knall mal einen rein. Schade. Die Köpfe da runter. Oder der Kopf runter. 115 Euro. Ah, da hinten. Was macht der da hinten? 51 Euro. 403 Euro. Let's come on. 86 Euro. 10. Ja, 489 Euro und 45 Cent. Wir sind wieder hoch auf 978 Euro. Brauchen wir nochmal für 200 Euro. Irgendwie hoch und runter kommen wir nicht. Also runter will ich auch nicht kommen. Weil hoch wäre ganz nice. Das hatte ich erwartet. Come on. Jawohl. Verlängerung. Runden Wilds. Mal drei. Ihr habt es gesehen. Ich habe auf zwei gekauft jetzt. Bisschen Schiss hatte, dass er wieder schlecht wird jetzt. Jetzt einfach ein paar Wilds rein. Rutschern und fertig. Schade, noch eine Verlängerung. Wer will. Ja. 74,40 Euro. Okay, 120 Euro schon. Jetzt noch ein paar Wilds rein. Okay. 44 Euro. Jetzt machen wir oben noch eine in der Mitte. Boah, Verlängerung auch richtig gut. Come on. Schade, 192 Euro. Kommt, klatscht da mal eine in der Mitte. 43,60 Euro. Macht das, macht das nicht. Ah, da flattert das so weit nebenher. Aber nochmal 85,60 Euro. 322 Euro. Boah, mein 5 nochmal. 33,20 Euro. Schade. Aber gute Freispiele auf 2 Euro. 355,30 Euro. Wir sind gefangen jetzt. Wir brauchen jetzt mal einen geilen Win, einen geilen Hit. Jawohl. Jawohl. Und das kann es jetzt mal werden. Jetzt auch eine Verlängerung und alles. Ja, ja, ja. Komm. Ein paar Wilds noch rein. Mal zwei leider alle. Aber da unten rechts wäre geil. Ein Wild. Oh, Verlängerung. Oh, nice. Nice. Ich glaube, das wird die Runde jetzt, die gut wird. Ja, ich glaube schon. Jetzt noch da. Oh, okay. Die Miezen durch. 147,60 Euro. Nice. Hier würde ich gerne einen Wild haben. Da unten. Ah, jetzt hüpft er nicht rum. 224 Euro bisher. Ah. Ich muss natürlich jetzt eins durchziehen hier irgendwie. Ah, jetzt hört er wieder auf. Komm schon. Gönn noch einen Wild. Hier unten. Oder hier noch ein paar Wilds, wer auch wild. Ah, ich glaube, es ist Ruhe mit Wilds. 357 Euro. Bestimmt zum Ende hin noch eins. Okay. Nochmal 47,55 Euro. Ah, mal drei da oben. Komm, jetzt auch nochmal einen raus. Ah, den Typen nochmal. 215 Euro, 10. Nice. 670 Euro, Leute. Nice. Wir sind wieder hoch auf 2170 Euro. Lassen wir es rein. So, jetzt hau. Ein paar Wilds rein. Ach, du Scheiße. Komm, komm, komm. Noch mehr. Da vorne. Eigentlich gut, ne? Aber alle mal zwei. Und keine Verlängerung. Oder doch? Jetzt eine Verlängerung. Komm, komm, komm. Bitte, bitte. Macht die Verlängerung. So wichtig. Ja. Ja. Jetzt können wir nämlich unser Geld wenigstens rausholen wieder. Mit dem Mal schon mal. Vier Spins. Jetzt noch eine Verlängerung. Insane gut. Oder geil. Ja. Oh. Was macht das? 109 Euro 60. Gut. Jetzt vorne die Köpfe oder so. Irgendwas Geiles. Ja. Auch gut. 118 Euro 30. Gut. Weiter so. Ja. 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 Was macht das? Die 10 hoch. 203 Euro 10. Und jetzt noch einmal. Komm, komm, komm. Ja. 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 Oh. Die Perle. 190 Euro 20. 688 Euro. Puh. Das war knapp. Ne, Leute? Wir machen es jetzt einmal. Komm, komm. 800 Euro, Leute. Und da sind wir schon nur noch auf zweieinhalb. Deswegen. Wir brauchen jetzt einen, der richtig schallert. Komm, komm. Jetzt einfach waltz, 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 waltz. Verlängerung? Ja. Schon mal gut. Auch wenn keine waltz da sind. Jetzt belohne mich für den Müll. Komm, komm. 10 Freispiele. Einfach nur waltz. Okay. Ja. Und jetzt jede Runde zwei. Mach weiter. Waltz. Ja. Okay. Oben. Jetzt hier nochmal 5er. 10. 10. Okay. Mal 3er nochmal. Ist aber auch gut. 132 Euro bisher. Come on. Wir brauchen mehr. Okay. Unten. Jetzt kommen hier noch einen oder oben. 451 Euro. Ja, Mann. 668 Euro. Jetzt weiter, weiter, weiter. Ja, 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 ja. 962 Euro 80. Jawohl. Jawohl. 327 Euro. Jawohl. Jetzt zieh mal richtig einen durch. Komm. Boah, hier unten noch mal 5 oder so, ey. Es wäre einfach nur krank. 2.100 Euro bisher. Come on. Oh, jetzt zieh mal richtig einen durch. Komm, vorne ein geiles Symbol. Ah. Okay. Aber, Leute. 2.477 Euro und 60 Cent. Ich höre auf. Es ist vielleicht ein kurzes Video, aber wir sind wieder hoch auf 5.000 Euro. Viel Spaß mit dem Video. Danke, dass ihr geguckt habt. Liken, kommentieren, nicht vergessen. Falls ihr auch mal zu Hause wollt, checkt die Links in der Videobeschreibung. Vergiss nicht, Glücksspiel kann sich nicht machen. Spiel bitte nur mit dem Geld, was ihr überhaupt. Haut rein und macht's gut. Euer Game of Duty. Bis zum nächsten Mal. Ciao.